Au! Das sind nur unskeile Bitch. Der hat immer nur einen Mann geliebt. Und den liebt sie immer noch. Auch wenn er schon längst tot und weg ist. Au! Oh, leck mich doch! Wirklich! Ich bin jetzt wieder unter Wasser. Ich bin so, 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 so. Ich bin so sorry für dich. Du willst nicht wieder zu verletzen. Ich bin so, so, so. 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 Ich bin so, so. Schlaf, Segir, schlaf. Du siehst aus wie ein Schaf. Ich kack dir gleich ins Mundelein. Da schiebe ich noch meine Faust rein. Ahem. Er war verloren. Und ich habe ihn gefunden. Ich bin so, so. Ich bin so, so. Ich bin so, so. Wenn du hierher gehst. Jetzt kannst du sie. Die Lande jetzt resten. A promise kept. Aber die Leben, die in die Wurzeln beschleunigen, die tief sind. Es schreckt dich, alle Todes. Es hat dich verletzt. Ja. Egal wie sehr du dich bemühst, du kannst es vergessen. Die Juna sagt, du bist hässlich und das müsst auch immer bleiben. Und er wird noch so ein toller Typ sein. Und wenn er beim Hengst und im Strauß Rosen nackt über die Blumenwiese reitet, für die Juna isst und bleibt der Typ hässlich. Auf der anderen Seite, wenn das hier so eine kleine Insel ist und alle so... Was ist es, Borgaviki? Es ist nicht in der Winter. Aber die Leute sind gebeten und gebeten und sicher. Sie wissen, warum sie sicher sind. Was warst du, wenn du ihn erreicht hast? Bevor du über die Giants kennst? Kill mein Vater? Ja. 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 Wir waren wesentlich schneller da als wir. Ja, hier geht's. Das ist der Weg, die wir nehmen müssen. Ich lege dich durch. Okay. Wie können Sie so sicher sein? Let's go. Er ist mit dir. Die anderen werden nicht folgen. Nach dir. Lege die Weg. Sie weiß nicht, was sie sie durchführen. Sie weiß nicht, was du machst. Okay. Was wissen Sie von diesem Ort? Das Ort ist nichts Besonderes. Das ist der Rückzugsort von Yuna, wenn sie ihre Tage hat. Deswegen ist da was Böses drin. Ja. War das gemein? Nur ein bisschen. Ach, so wie es aussieht, haben wir doch ein paar davon. Ja, eine Hexe, die ihre Periode hat, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und heimlich Mario Kart-Sheets raussucht. Ich habe aber auch immer einen langsamen Charakter genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, rote Haare, ja. Aber ich finde Redheads echt hot, wenn sie gut aussehen. So Redheads, ein bisschen goffeniesig. Hat was. Ja, wir müssen zurück. Warte. Du kannst einen Weg finden, wo sie nicht kommen. Schau dich. Schau dich. Ich kann etwas fühlen, die uns zu sehen. Oh, was ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich mag nicht den Geräusch dieses Geräusch. Du kannst es nicht fühlen, warum? Ich fühle es dir. Ich habe eine Waffe, die Hand. Die Weapons werden dir nicht helfen. Ich stehe nicht auf Amoran. Tatsächlich nicht. Hier. Ah, die Hexe. Ja, klar. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Krötenaugen und Spinneneiter. Und dazu noch die unterste Sprosse der Leiter. Blutgetränkt. Gedunstet im Möwenfurz. Hörst du das? Was? Was ist sie? Nur neben mir. Hör. Ich denke, ich kann es hören. Ich mag es nicht. Dieses Ort ist nicht kalt. Nicht kalt. Es ist überall. All überall. Dann so als Vorratskammer. Andere haben Oregano, Muskatnuss, Pfeffer, Paprika, Salz. Keine Ahnung, was hat hier... Was hat unsere Hexe? Kloaken von Fröschen. Rattennippel. Ich höre es wieder. Sie ist erschrocken. Hör. Hör. Kakerlach. Geh in Italien. Warte. Da. Da. Über uns. Was ist das? Sie sehen es, Senua? Ich glaube, es ist ein Rieber, das du hier hörst. Lass uns weitergehen. AstraZeneca ist gefährlich. Warum ist Senua? Hier. 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 Und hier. Farghama? Where are you? I trusted you. You brought them here. And now you let them get taken? How could you? It's your fault. Ah, Teter. She didn't want to come here with you. You made her. Now you have to find her. I can't find you. She's gone. Gone forever. She's dead because of you. Did they turn back? Or... He's gone too. They're all gone. Where are you? You brought them here. Bye bye go go. You brought them here. Now they are lost. Don't listen to me. You brought them here to die. Don't listen to him. They followed you. Doomed to die alone in darkness. Stay strong. Or crawl out, cowering, witless shadows. He is the shadow. You bring death with you, Senua. He will follow you. You brought them here to die. Okay. Das gefällt mir nicht. They followed you. They trusted you. They trusted you. They shouldn't have. You led them to their death. How could you? Yeah. Wie konnte ich nur, ne? Voll schlimm. She might find them. Keep looking. You might save them. They're all dead. Astrid! Who's that? A figure? Senua! Astrid is alive. She's safe. You have to help her. You called her. Astrid! I can't see you. Why can't she see you? Senua? Is that you? She's terrified. So lost. I thought I'd lost you. I'm here. Where are the others? I don't know. I turned around and you were all gone. She's terrified. What is happening? There are voices at the edge of hearing and movement. All around. You understand the figures and the shadows. You know what that's like. You know. I think I see them in the trees, but when I look again, there's nothing there. You can help her. Have fear. It makes her see what isn't there. None of this will hurt you. Don't let it rule your mind. That's it. I can fight things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I'm lost here. She has changed. I know how you feel. We know. Believe me. We understand. But we have to keep going. We understand. Stay strong Astrid. I will get you through this. She can help her. Yes. Yes. You can get her out of here. Follow her. Shhhhhh. People say this place burrows into your mind and finds your fears. Then torments you with them. What the hell? The path takes me back into the woods. I don't want to be alone here. Help her. Follow the river upstream. I'll find my way across to you. I promise. You have to. Can you make promises so many promises you can't keep? Can you keep your promises? What if you never see her again? What if you never see her again? What if you never see her again? It's a mess. Who is there? A figure. Vagremer. Who is it? Who is it? So dark now. Misty. 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 What is him? Vagremer. 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 Ah, der. Ja, is okay. Den andere können wir verlieren. Der andere ist hässlich. Also, Yuna sagt, der andere ist hässlich. Der andere ist hässlich. Es ist ein Fug rund um mich. Ja. Vor meinen Augen. Er kann nicht sehen. Vor meinem Kopf. Er hat sich verloren. Er hat sich verloren. Er hat sich verloren. Er kann nicht hier bleiben. Er ist weg. Ich versuche, dass sie die Hoffnung haben. Du braucht mehr als Hoffnung. Um sie zu verletzen. Aber es gibt auch nichts wie Trig in dieser Stadt. Er hat sich vor dem Kopf. Er hat sich verloren. Er hat sich verloren. Er hat sich trotzig. Er hat sich verloren. Your Far-Gremer, du bist dann. Er ist ein Fugger. Er ist ein Fuggeriker. Er hat sich gesehen. Er hat sich den Licht und die Schremer auf jeden Fall sehen. Er hat sich gesehen. Er hat sich die westen gesehen. Es ist entdeckt. Er hat sich nicht przykład. Er hat sich damit gelesen. Er hat sich versucht. Ich bin hier über Patrol. weise schokolade und zum glück sei dass sie noch nicht da kann ich endlich mal weiße schokolade essen sonst heute wiederum dieser nun kann dieser löschen aber ich habe nicht was gut ist Juna hat dich gemacht, das wusste ich schon immer. Wir werden sie finden. Fokus. Sanoa? Sanoa... Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich... ich habe so lange geschaut. Ich dachte, du würdest mich lieben. Wenn wir das tun. Bleib nahe. Wo ist Thorchester? Ich dachte, ich habe ihn gesehen. Er hat sich erträgt. Das war nicht er. Thorchester, wo ist er? Thorchester! Er hat jetzt verändert. Seine Augen sind rot. Hat er gekriegt? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert zu dir? Was ist passiert? Er hat das falsche Gras geraucht. Was hat er gesehen? Er hat sich verändert. Was hat er gesehen? Er hat sich verändert. Was war das? Was musste ich tun? Was musste er tun? Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Wer hat das? Eine Vision? Nein. Es ist nichts. Es ist nur Tricks. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Wir lassen uns das Ort. Wir gehen raus. Gehen raus. Gehen raus. Gehen raus. Gehen raus. Oh, fuck. Ich dachte, den verlieben wir. Gehen raus. Ciao. Ja. Junge! Ja. weiter kohlen er hat sich veränderten wir nicht Primal pain Ah, wieder schön hier, schicki schicki Die Sprache hat was, aber ist auch lustig Okay, Vakira All the signs she followed have led her here Finally so close to the heart of darkness A root of the fetid flower whose stench she tracked across the sea A fortress she must break, not with sword and spear But open eyes and strength of will Bodies Are they still? Yes They're still alive You can feel it How could they? The suffering Look They are for the Giants Sacrifices Monsters Monsters, how can they? What is that? That is You have to Where we sacrifice the offerings Monster People Yes People It's where you sacrifice people People It's where you tie them up And watch them die Slowly release them We have to rescue them We'll go inside I'll tell my father And he will cut them down Light is fading fast You can't just leave them They're suffering You can't You can't Austedro Fagrima Can you please cut them down? So much suffering Who's going in? The Ark know you An Austerither And I don't like you I don't want to start anything Before I've spoken to my father You don't know yet, Sandra Okay Just me and Thogsta then Tell him They will help them Rescue the people And keep them safe We will Yes Yeah Welcome back But wait Until we are inside Come on Come on Are you ready going to just walk in? They will kill them for sure She has to The Ark know they will tell them You trust him? And look what his father does Look what her father did They are not their fathers She is different We are different He is different too I am not sure If he is different But I believe him But he is still 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 All the blood All the fire All the blood All the fire All the fire All the fire All the fire I am not my heart This is the end The point Where the light Rensheses And yet it is A pale and quiet place Hush Can this be the place She fought so hard to find? Something is wrong with him Something is not right He is frightened You're worried I wasn't supposed to come back Empty hunted He would have dragged you here And changed someone But all swell He will forget about that When he hears what we have to tell him But has he changed? I don't trust anything he is saying He wants to change Does he? They have spotted us Will they want to chain me up again? I won't let that happen Really Maybe the Bjarg will turn on him And then what will you do? It's me It's Augusta Who is he with them or you? Trust me However it might seem There's no turning back now I'm with you It's what he wants to believe It is a truth It's all about being so hard I won't let that happen